Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Karte in Thüringen, wir werden jetzt hier das Flügen vorbereiten, ich verwand auf Feldnummero auf Feldnummero des Hackkurs mit Mütten 38, wir haben hier kräftigen Kniepfahl Hauptsache wird nicht weiß, dann werden wir gleich den nächsten Austart vorne hier, wo dabei sind heiß, deutsch, machen wir gleich zwei Vorgewände mit drei Hauptsache vergessen wir nicht was ich gerade gesagt habe da wir auf Feldnummero gar nicht so arbeiten werden, wenn wir mit der Grieber fahren Entschuldigung einer kommt da der zweite ist jetzt auch hier und bauen einen dritten her von die Fertnummero ja, 43 hoffe das stimmt auch und meistens so im Grunde ist es egal auch das ist die selbe Richtung so da steht schau schon mal Licht aus Motor aus der war auch noch ein bisschen das war 48 nehmt nehmt den hier das war jetzt Weizen das ist ganz wichtig weil weil Weizen und hier ist auch Weizen drin oder Hafe das ist ganz wichtig dass wir beide Felder das gleiche haben das ist ein bisschen leichter man abfahrene her dann stehe ich auch auf Hafe ein hier und hier schon halb leer das ist schlecht dann wären wir hier naja wir gehen kommen wir hier schon mal ah deswegen ich hab abgeladen naja wer keine Arbeit hat macht sich welche ne kennen wir doch schon oder sagen ich bin voll her gefahren ja das ist natürlich blöd denn das wollten wir aber grad nicht machen ne das wollten wir aber grad nicht machen ne ich hab mir da noch weg ich hab beinahe losgefahren und mal geholt jetzt haben wir Schneeregen naja das ist gut fürs oh das rumsteher gewaltig das war kein motto das original 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 ich weiß auch nicht im wintergewitter kann man sagen nee so mal kurz mal kurz berechnen so mal die alten löschen so mal die alten löschen Kursgenerierung auf Feldnummer 49 dann machen wir drei vorgewände Erfahrungswerte hier machen wir ein bisschen kleiner dann müssen wir weniger nacharbeiten so so aussaat fällt 49 jahre das ist gut training sahne passt sogar das heißt wir mal schauen das scheint zu passen gut aber 18 km h das ist so gewünscht wenn wir mal gucken hier gehen wir gleich hier auf feldnummer 12 beginnen wir auch gleich können wir auf 5 gehen ja das passt eh kursgenerierung feldnummer 12 vorgewinnnummer 3 14,5 muss ein bisschen berechnen dauert ein bisschen zurück die erste das passt das machen wir nicht anders stellen wir nicht ein dann speichern wir ab gut jetzt ist die frage der bau noch eine weile das heißt wir werden nicht mit zwei geräten arbeiten denn es ist warten und warten ist nicht mein motto dann können wir mit einem dritten geräten nacharbeiten durchführen so wird jetzt hier müssen wir entsprechend vorbereiten und zwar kursgenerierung mit zwei geräten zwei fahrzeugen vorgewände machen wir jetzt zwei weil ja weiter nach 4 16 meter haben wir auf dann lassen wir so ja machen wir auf 15 222 automatisch wenn man auf 38 aktivieren so du bist dann ganz links ich wollte damit anmachen du bist dann ganz links das heißt wir mal zurück gehen links wir werden schön warten dass da auch soweit ist damit die schön hintereinander fahren da machen wir eine da suchen wir ihm oh je müssen wir erst kopieren das heißt 16 meter ist ja auch schon unser nachbarkurs den kurs werden wir nicht speichern weil irgendwann werden wir hier nicht mehr fliegen und dann werden wir einen kurs drin aber wenn ich gesagt brauche wir immer nicht so was heißt du bist rechts rechts das passt warum sei die versetzt also ein meter sitz also bestimmt wenig 15 meter hier immer noch aktivieren sonst fährt er immer einen haufen weil wenn der andere mann anhält dann ist es nämlich so dass er entsprechend keine Gnade kennt so starte mal starte mal ein bisschen beeilen ein bisschen beeilen dazu typisch die maus links ein bisschen hektisch dabei also bei vier fahrzeugen hat man schon ein bisschen mehr stress weil wenn irgendwas schief geht wenn die abstände zu groß werden und die sie prinzip beim hoch runter fahren einer noch auf die vorgewendet fährt ist es ungünstig für für alle aber so geht es aber so geht es natürlich wird gucken dass er wieder links kommt ja so geht es anfang ist ja normal weil er muss über den kurs haben natürlich jetzt zu beschissen auf flügel ist irgendwie eine katastrophe geboren das war früher besser gewesen gut möge es gut klappen so das heißt wir müssen flügen der ist bei der aussaat der ist noch nicht fertig der ist auch gerade dabei dann werden wir gleich schauen die nächsten fahrzeuge zu uns loskriegen der ist nicht so wichtig hier haben wir noch einen Anhänger den wir den LKW mitnehmen die Einfahrtanhänger werden wir später mit den Dings mitnehmen mit dem Traktor holen aber sind aktuell noch alle im Beschlag wir werden einmal den nächsten LKW zum hochfahren da muss ich mal schauen ob wir da entsprechend in der Halle reinfahren können mit Trescher aber die sind ziemlich groß würde ich es auch nicht empfehlen also da würde ich eher die Traktoren reinfahren einzeln aber da würde ich mir noch richtig um die Fahrzeuge noch hinstellen werden diese Ordnung wenn wir noch schaffen müssen das ist der LKW nachher für den Verkauf noch kann man nichts verkaufen aber wir versuchen nachher die ersten ja aber mal sehen wollen wir die Silage machen da habe ich auch vom Mais ausgesehen und dann können wir das ja versuchen mit Crossplay hinzubekommen wird nicht einfach wo durchfahrsilo nicht das Problem ist wenn wir beide Silos halt nehmen alle drei glaube ich sogar viele Kühe viele Kühe wenn wir noch Maschinen kommen wir noch ein Hexler ja man sehen wir dann am besten für nehmen ja Schneeflöckchen weiß Röckchen ne aber der Frühling ist nicht aufzuhalten sei mal so auf dem nächsten Feld da werden wir auch bald die nächste Aussaat vornehmen und meistens müssen wir eben warten bis ich auf 38 weiß was sehen kann da haben wir drei Silos da können wir auch drei voll machen die Rolle zuerst im Hof die ich voll machen würde und da überlege ich mir noch ob ich mir noch andere an Herkauf die sich dann besser fahren lassen aber schauen schauen wir mal wo ein Lkw immer hinstellen wo er nicht stört und das ist der springende Punkt wo wird er nicht stören früher war das bisschen einfacher da hatten wir mehr Platz hier gehabt da hat sich die Frage gestellt aber jetzt ist das ein bisschen eine Halle rein nein eine Halle rein nicht da oben auch nicht früher habe ich das immer entsprechend hier beim Silo gestellt aber da haben Silos eigentlich zu wenig Platz hier wäre man eine Halle reinfahren wo Halle ist auch blöd und da sind die Pfeile die stellen ja mal rein hier im Gang und dann suchen wir später mal für Platz die wird schwierig wenn was hier nur hinkommt weiß ich nicht Lkw alleine wird da rein passen und kurz aber mit gesparen ist das nichts Kurve zu eng genommen fahren wir ihm hier rein das nur vorübergehend bis die Lösung von habe ja gut ja gut jetzt fahren wir gleich vom Wald hier war die Kurve ist ein bisschen eng da wollen wir gleich gar nicht probieren da wollen wir mal auf Lkw an sich gehen warum denken hier alle ich fahre von Pinoza aus das ist ja nicht wahr Hauptsache der Rapp nicht wogegen von der Höhe her ob den entsprechend absetzen kann noch ja das schwankt ganz schön er muss nur leicht aussetzen das ist besser schwankt er weniger also ich muss ja so gucken links kommt keiner können wir fahren und vorne haben auch keiner das hätte schon Probleme gehabt die fahrzeuge ist egal ob du vorwärts haben oder nicht die können wir nicht drum wenn du jetzt schon fleißig blockierst dann geht es aber wehe den du bist nicht drauf dann gibt es einen kräftigen Crash ruhig fahrt zu schnell da können wir passieren wenn wir unseren holzveränder verlieren naja Lohnkosten aber ich tendiere dann spätestens dann wenn wir Verkaufskurse fahren dass wir den KI-Verkehr wieder ausschalten scheitert drauf zu sein Spiegel jedenfalls Spiegel eigentlich könnte ich auch am Aussemott aber fragt man nicht wie das jetzt geht ich habe mich nicht mit beschäftigt so der Schneefall ist nach alles gut wird noch eine Weile dauern wieder Schneefall sehen aber gut so blutzt gerade über oder Flocke sicherlich so die anderen werden keine Fehler zurzeit kein blocking das gut so liebe Freunde das soll es heute gewesen sein ich danke fürs reinschauen da seid mal schüße Winke Winke vielleicht sehen wir uns mal wieder tschaui 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 tschaui